Fühlen Sie sich besser? Ich fühle mich besser, wenn ich in Sicherheit bin. Und wenn ich genau weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Alles zu seiner Zeit, mein Freund. Alles zu seiner Zeit. Ich bin nicht Ihr Freund. Ich mache Geschäfte, hören Sie. Wenn wir ein Geschäft machen, nennen Sie mich weder Freund noch Bruder. Wie Sie es wünschen, CJ. Wir könnten durch den Ärger kommen. Der Spaß ist es wert. Hallo, Süßer. Ich glaube, Sie müssen in meine Richtung. Und jetzt zu Phase 2. Michael, ich habe den Polizeifunk abgehört. Das verdächtige Fahrzeug fährt in nördlicher Richtung zum Ashbury-Distrikt. Vielen Dank. Okay, Kit. Vielleicht hilft uns dein Infrarot-Verfolgungsgerät weiter. Gute Arbeit, Kumpel. Eine alte Weisheit sagt, schneiden wir ihm den Weg ab. Haben Sie Ihr Laserjagdsystem angeschaltet, Michael? Ich würde nie ohne das Ding fahren. Alles klar, Kumpel. Alles klar, Kumpel. Alles klar, Kumpel. Warum überholen wir ihn nicht? Das ist hierzu riskant, Kit. Ich will nicht, dass er misstrauisch wird. Noch nicht. Unsere Zeit kommt noch. Das ist hierzu. Das ist hierzu. Junger Mann, sind Sie sicher, dass dieser richtige Weg zu Fischermanns Worf ist? Nach meiner Karte liegt es in der Richtung. Nur ruhig, Henrietta, sehr ganz ruhig. Ich bin sicher, damit wir Geld sparen, fährt er einen kürzeren Weg, Henrietta. Und nun entspann dich und zieh dir die Gegend an. Ja, ja. Okay, Kit, jetzt unternehmen wir was. Entspannen soll ich mich? Oh Gott, Henrietta, halt mich fest. Seien Sie vorsichtig, Michael. Keine Sorge. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Leider nein. Kit, in dem Wagen ist niemand. Das ist unmöglich. Ein Wagen fährt nicht von allein. Tut er das nicht? Was du nicht sagst. Hier kommt Knight Rider. Ein Auto.